In Bern wird studiert. Weltraumforschung, Kultur und Sprache, Klima und Nachhaltigkeit, Medizin, Politik, Verwaltung und vieles mehr. In Bern sagt man... Grüß dich. In Bern vergeht die Zeit irgendwie anders. Was dir gefühlt mehr Zeit zum Studieren gibt. In Bern brauchst du keine Retusche für diesen Drohnenflug. Es ist hier tatsächlich so schön. Hier studierst du mitten in der Stadt. Umgeben von gemütlichen Cafés. Und netten Menschen. Manchmal auch extrem vielen. Im Zentrum von Europa. Eine knappe Stunde von hier. Hier und hier und hier und hier. In Bern will man einfach alles wissen. Und dieses Wissen gibt man weiter. Damit es im Alltag sinnvoll eingesetzt werden kann. Regional. National. International. Die Universität Bern forscht am Puls der Zeit. Wir sind Forschung Hochbern. Studium Hochbern. Ausbildung Hochbern. Innovation Hochbern. Weiterbildung Hoch... In Bern suchen und finden wir Formeln, um die Gesellschaft weiterzubringen. Grenzen zu sprengen und Neues zu erschaffen. So finden sich Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit. So schafft Wissen nachhaltigen Wert. Und wer das große Ganze sieht, dem fällt die Lösung leicht. Moin Hoch. 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 Vielen Dank.